Kurz nach 7 Uhr früh in der Rendsburger Einsatzzentrale. Notärztin Christine Hain kann heute in aller Ruhe in den Arbeitstag starten. Dennoch gibt es keine Alarmierung für sie und ihr Team. Rettungsassistent Carsten Dummann checkt die Ausrüstung im Hubschrauber. Teil der morgendlichen Routine. Man sieht zu, dass man gut frühstückt, dass man eine gute Grundlage hat und dann kann der Tag beginnen. Man weiß nicht, was passiert. Da macht man sich auch keine Gedanken. Ich glaube, das ist auch gar nicht förderlich. So, das sieht gut aus. Beide, Notärztin und Rettungsassistent, arbeiten seit Jahren in der Luftrettung. Das Tolle an ihrem Beruf sei, dass man Menschen meist sehr schnell helfen könne. Halbgötter in Weiß, hier völlig fehl am Platz, sagt Christine Hain. Wir arbeiten wirklich sehr gut im Team. Ich habe immer einen sehr guten und erfahrenen Rettungsassistenten neben mir. Und die Zusammenarbeit im Team, zusammen etwas Positives zu erreichen, ist einfach unendlich schön. Schluss mit der Ruhe. Der erste Einsatz. Ein Mann in einer Arztpraxis klagt über starke Herzbeschwerden. Frank Bernau ist ein erfahrener Pilot und auch bei windigem Schmuddelwetter fliegt er souverän über Schleswig-Holstein. Landung nur wenige Minuten später. Es zählt nun jede Minute. Herzprobleme sind eine häufige Ursache für Rettungseinsätze im Winter. Doch zum Glück ist der Mann ansprechbar. Es besteht keine akute Lebensgefahr. Wir nehmen Sie jetzt mit und bringen Sie ins Krankenhaus nach Rendsburg. Der Hubschrauber fliegt ohne Patient zurück. Er fungiert oft als schnelles Ärztetaxi zum Einsatzort. Christine Hain begleitet den Mann im Rettungswagen. Überwacht gemeinsam mit einem Rettungsassistenten den Kreislauf. Die Ärztin sammelt so viel Informationen wie möglich für die Kollegen im Krankenhaus. Wichtig ist auch, dem Infarktpatienten die Angst zu nehmen, zu beruhigen. Was für die medizinische Mannschaft Routine ist, bleibt ja für den Patienten meist ein Albtraum. Ich denke, das ist ein alter Infarkt von Samstag. Und es ist etwas Neues hinzugetreten hier über V3. Alles Gute für Sie. Sie sind in guten Händen. Tschüss. Gute Besserung. Tschüss. Keine Pause für die Hubschrauber-Crew. Der nächste Einsatz in einem Ort etwa 10 Flugminuten von Rendsburg entfernt. Eine Frau ist plötzlich umgekippt und nicht mehr ansprechbar. Christine Hain muss mit allem rechnen. Auf dem Dorf gibt es wenigstens nur selten Probleme, den Hubschrauber landen zu können. Die Polizei bringt Ärztinnen und Rettungsassistenten zum Einsatzort. Eigentlich wollte man hier heute den Geburtstag der Tochter feiern, doch die Gäste fanden die Gastgeberin leblos am Boden liegend vor. Der Kampf auf Leben und Tod ist Alltag für Rettungskräfte. Unter dieser höchsten Anspannung bleiben sie ruhig und konzentriert. Die eingespielte Mannschaft tut alles, um die Frau wiederzubeleben. Mach weiter. Jetzt holst du schon mal einen Kommi, du wirst. Keiner weiß, wie lange sie hier schon liegt. Es sieht überhaupt nicht gut aus. Vermutlich ein Hirnschlag. Nach der Herzmassage wird die Frau intubiert und beatmet werden. Nach knapp 20 Minuten harter Arbeit ist es geschafft. Es gibt einen Herzschlag. Doch so schnell wie möglich muss die Frau ins Krankenhaus. Ich bräuchte mal eine Anmeldung für die Uni Kiel Schockraum. Patient 70 Jahre weiblich. Verheiratet zenebrale Blutung. Intubiert, beatmet. Zustand nach Renovation. Vor Ort wird entschieden, die Patientin im Rettungswagen zu transportieren, der direkt vor der Tür wartet. Der Hubschrauber steht zu weit weg, wertvolle Zeit ginge verloren. Und im Rettungswagen ist einfach mehr Platz, um die Patientin optimal versorgen zu können. Ihr Leben hängt weiter an einem seidenen Faden. Trotz künstlicher Beatmung und hochdosierter Medikamente. Christine Hain ist skeptisch, ob ihre Patientin überleben wird. Doch sagt sie, man dürfe nie die Hoffnung aufgeben. Niemals. In der Kieler Uniklinik kümmern sich nur Neurologen und Neuroschirurgen um die wiedergelebte Frau. Der Hubschrauber bringt Ärztin und Rettungsassistenten zurück nach Rendsburg. Später am Tag fragt Christine Hain in Kiel nach ihrer Patientin. Und da machen Sie jetzt gar nichts, ne? Ja, genau. Sie hatte es befürchtet. Eine schwere Hirnblutung. Christine Hain hat ihren Job gemacht und trotzdem ist ein Mensch gestorben. Auch nach all den Jahren als Notärztin. Es lässt sie nicht kalt. Zu diesen Gefühlen stehe ich zum Beispiel auch, weil ich keine Maschine sein möchte. Also ein Mensch oder ein Notarzt mit Gefühlen, denke ich, ist besser als einer, der gar keine Gefühle hat. Aber ich darf die Gefühle nicht so über mich kommen lassen, dass ich handlungsunfähig werde. Das heißt, ich muss bereit sein und jederzeit bereit sein, sofort wieder mich auf einen neuen Patienten gut einstellen zu können. Und der nächste Patient wartet auf ihre Hilfe. Für die Rendsburger Rettungsflieger war es bislang ein eher ruhiger Arbeitstag. Man weiß ja sowieso nie, was kommt.